Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Empyrium Galactic Survival Mit mir, dem Sunny Und natürlich auch mit dem Heretic Wir, ah, das meinst du mit Fleisch Ja, wollen wir sie abknallen? Ja, okay Oh, der ist da Okay Ich muss irgendwo noch Licht anbringen Ich hab kein Licht an im Schiff Aber ich weiß ja nicht, wo ich das anbringen soll Ohne, dass es dann uncool aussieht, meinst du? Ja, das ist auch praktisch Das sind die anderen beiden Lichter Würde immer abgewillert, ne? Ah, das stimmt Obwohl, das Problem hatte ich nicht So Ich hoffe, die Viecher spawnen Wenigstens nach Ja, hier hab ich schon mal Ein schönes Loch Mit der Raketenmache hingeschossen Wunderbar So Ich hab hier oben Die vier Jungtiere jetzt gelootet Wo sind denn die Großen Tiere Hast du die schon gelootet, oder? Ah, ja Nee, ich hab noch nichts gelootet Okay Okay, cool Sieht ja ganz nice hier drin aus Insgesamt fahren es sechs Tiere, oder? So ungefähr So, wo bist du denn jetzt? Ich hab hier den Höhleingang Den hab ich hier gemacht Glaube ich Ah, cool Ja, also wir haben tatsächlich festgestellt Auch wenn wir nicht wussten genau woher Dass wir vier Powercoils hatten Das war gerade genug Um einen Autominert 3 zu bauen Und dann haben wir uns natürlich dazu entschlossen Ähm, wie hast du eigentlich festgestellt? Ähm, wie hast du eigentlich festgestellt? Wie, ähm, wie der Autominert quasi, ähm, 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 Materialien gut abbaut Achso, das meinst du ja, dass, dass der halt nichts abbaut Also von, wenn man den auf eine Quelle setzt Nimmt der von der Quelle an sich nichts weg Und das heißt, der ist halt super effektiv 77%, 327 pro Stunde macht er 377 pro Stunde, sehr gut Ähm, du brauchst jetzt Prometium-Dinger, ne? Ja Ich hole mal welche aus deinem Schiff Ich guck erstmal in meinem Schiff Meiner braucht ja nicht so viel Ja, das ist schon echt 300 pro Stunde Und es ist echt ein Unterschied Also, mach's die Sache Also, in meinem hatte ich noch 5 Stück drinnen Die ich bereit bin, jetzt mal eben rasch rauszunehmen Und aus deinem bringst du vielleicht auch nochmal 5 Dann müssten wir, das müsste reichen dann Wo ist denn hier der Eingang? Ach, da Ne, das ist, das ist geschossen Hä? Du hier immer mit deinen geheimen Eingängen Zu den, zu diesen Deposits Wie schon mit dem, mit dem Kupfer, ey Oh, dann sucht der Sunny hier immer Ich find's nicht Ich find den Eingang nicht Wo ist das? Wo ist das? Ja, auf der, auf der kleinen Seite, auf dem Berg hier Da Wo da? Wo bist du denn? Ja, ich bin doch hier auf der Seite des Berges Ja, hier Hier, guck Hier bin ich Hier, guck Rechts von dir Da Ach verdammt, ich war die ganze Zeit da Ähm Okay, hab ich eingefuckt? Wow Okay, 9 Stunden läuft das jetzt Bei 327 Und er hat Platz für 600 Also für 7000 Im Endeffekt Also in einer Stunde Produziert er jetzt 600 Ne, 2 Stunden 650 Das heißt Ähm Den 10fachen 6500 Das heißt Wir könnten für 20 Stunden Material reinpacken Okay Ähm Das heißt, wir könnten noch mehr reinpacken Wenn du noch mehr Erstmal aus deinem Flieger nehmen kannst Ja Kann ich Also 20 Stunden ist halt effektiv Wenn man noch mehr reinpackt Dann verbraucht er halt Energie Ohne dass es was bringt Schlag, 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 schlag Ja, unsere Schiffe stehen ja total super da Ich laufe gerade unter deinem Schiff durch Weil es so toll Auf dem Boden steht Ja, ja Das ist Der 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 Ja Aber sehr geil Gefällt mir gut Und dann brauchen wir uns echt um Eisen nicht mehr so einen Kopf machen Wenn wir das nächste Mal online kommen, haben wir genug Eisen Okay, der läuft jetzt 14 Stunden Ja, das reicht Also bis dahin hat der dann irgendwie Ja, du kannst rechnen Für zwei Stunden ja 650 hatte ich gesagt Das heißt in Also Ich hab mal jetzt nur die 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 kleinen Zellen mit mir gemacht Die Teile Die Hydrogen Ja Und wenn wir jetzt mal nach Hause fliegen Läuft das 10 Minuten Ja Sind wir auf jeden Fall schnell durch die Hydrogens durch Wenn du die so benutzt Ja, wir haben uns halt dazu entschieden Dass wir die Hydrogens und die Large Fuel Packs eigentlich alle jetzt Sozusagen verbrauchen Und dann nur noch die Fusion Cells benutzen Weil die halt einfach viel besser sind Also von Von Energie Von der Effektivität her Sind die alle gleich Das heißt Ähm Die Hydrogens geben mir 15 Energie Also Fuel Power oder was auch immer Und die Klein Prometium Ähm Geben Die Klein Prometium Wie waren das? Die Klein Prometium Gaben 25 meine ich Ähm Ich wollte nicht aussteigen Ich wollte Sinken So Und aussteigen Moment Ich guck mal Das nochmal kurz an Bevor ich hier Blödsinn erzähle Also die Klein Fuel Packs Bringen 30 Und kosten 10 Die Großen Bringen Kosten 50 Und bringen 150 Was einfach Bei beidem das 50-fache ist Die Fuel Packs Hydrogen Kosten halt Eine Hydrogen Bottle Und geben 15 Und die Großen Energie Packs Die Fusion Cells Die kosten halt 10 Ähm Hydrogen Was ja 150 Energie Sind in etwa Und kosten genauso viel Das wie das Large Fuel Pack Was ja auch 150 Energie sind Und Das Fusion Cell Gibt 300 Das heißt Das ist Kein Energieverlust Und nichts Man kann die Direkt benutzen Jo Und dann können wir Alles einfach Mit den Dingern Powern Das einzige Wäre vielleicht Die Die Auto Miner Für die sollte man Dann vielleicht Doch noch Weiß ich nicht Ob man dann Die großen Dinger Gleich verwenden will Aber notwendig Ist es halt nicht Ja Auf jeden Fall Bauen wir da Ein bisschen um So Aber jetzt Kommt nochmal Die Frage Wie geht es Jetzt weiter Also ich bin am Überlegen Hier die Landefläche Nochmal massiv Zu erweitern Und dann Das als Vorbereitung Zu nehmen Dafür Dass wir Hier tatsächlich Dann Unser Capital Wessel Bauen Weißt du Ein Capital Wessel Bauen Das große Halt Ja Also mein Ziel Ist eigentlich Dieses Capital Wessel Sollte dann So groß Sein Dass Der hier Dieser Dieser Hover Da reinpasst Damit wir den Zum Erzabbauen Nutzen könnten Okay Ja Einfach von der Idee her Mit den Schiffen Kann man ja Selbstständig Wir haben Blueprints Ich will Ich will Kein Ich will Ein Capital Wessel Selber Bauen Das ist Doch Doof So Wie kann ich denn Ich komme nicht aus diesem Menü Wieder raus Eigentlich Ah Das ist Leider Capital Wessel Es gibt Ein paar Nette Guck dir mal Das Prefab Tier 3 An Ich finde Das sieht Echt Geil aus Das Schiff Selber Finde ich Echt cool Ja Das sieht Auf jeden Fall Cool aus 30.000 Iron Ingots Kriegen wir jetzt aber nicht mal eben so ran Dann ist der nächste Punkt Du umraust hier 6 Stunden 7 Stunden Fertigungszeit Ähm Und Man hat halt nichts selber erschaffen Finde ich Das ist halt einfach wahr Man hat nichts selber erschaffen Und das ist doch das Coole hier an dem Spiel Ich kann mein eigenes Schiff erschaffen Oder ich kann eins nachbauen Aus Space 23.070 Oder wie hieß der Die Serie Space 2063 Im deutschen Fernsehen Und Space Beyond Was im Englischen Okay Ja also Falls jemand Äh Mal das Original Von dem Schiff sehen will Da kommt das Schiff her Das er hier nachgebaut hat So Ne Also ich möchte Möchte Richtig Muss ja nicht perfekt aussehen Weißt du Meins ist ja auch mehr so Ein fliegender Haufen Klumpe Aber Es ist wenigstens meins Ich hab's selber gemacht Weißt du Also deins ist natürlich viel cooler hier Aber Egal Ich hab's auch selber gemacht Ja Weiß ich Hab ich ja gesagt Deins sieht viel besser aus Dein selbst gemachtes Als mein selbst gemachtes Da drüben Aber trotzdem Ich will Ich find das Ich find die Idee nicht cool Äh Einfach nur so ein Precept zu benutzen Also Satium Ingrids Haben wir jetzt auf jeden Fall Mehr als genug Und Äh Bei dir sind jetzt die ganzen Stahlplatten drinnen Ne Die tausend Stück oder so Sind hier schon wieder welche von verbraucht Sind ja nur noch 819 da Ne ach 1898 Ach du Schande 1819 sind davon da Pass auf Da werde ich jetzt einfach mal anfangen Hier Ähm Dann stelle ich mal Einen Small Äh Einen Capital Wessel Starter her Mal bei denen da Und dann fange ich einfach mal mit Blöcken an Eins Zwei Drei 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 Ich Stell mal Das sind Jedes mal ein Block Ne Ja Ich stelle mal 300 Blöcke her Brauchen wir wahrscheinlich sowieso Außerdem gehen ein paar immer mal kaputt Man baut was ab Man baut was hin Aber bei dem Capital Wessel würde ich das dann auf jeden Fall so machen Dass wir dann am Ende dann die Außenschicht halt Upgraden mit Haben Plates Weil Weil Im inneren Bereich brauchen wir keine Harden Plates dann Also das würde ich ein bisschen mehr verbrauchen Das kommt da rein, das kommt da rein Das sind echt riesig große Triebwerke Und Und Da vielleicht auch kleinere nehmen sollte Musst du wissen Also sie sehen halt sehr passend aus Das sieht halt mega geil aus Aber es ist halt viel zu groß Das ist auf jeden Fall wahr Und sie sind halt auch nicht effektiv Das ist halt tatsächlich ein Manko, was ich halt sehe Sie verbrauchen wahrscheinlich viel zu viel Und das ist halt ein bisschen unnötig eigentlich Aber Es ist halt cool Das gebe ich auch zu So Ich habe hier noch Copper Ore Ne Das haue ich draußen wieder rein Eine Medic Station habe ich hier noch eine fertige Die stelle ich hier mit rein Wir haben noch ein Fridge und sowas alles fertig Okay, cool Und ein paar Stilblocks, die nehme ich mir schon mal raus Die Chors lasse ich bei mir drin Das kommt da hin Ich habe jetzt noch mal mehr Schubflüssen nach links und rechts angemacht Und so weiter Dass er vielleicht sich ein bisschen wendiger bewegen kann Schauen wir mal Ja Ja, es ist echt wesentlich schneller Also mir geht es vor allem ums Drehen Das Drehen finde ich halt sehr langsam Das Drehen ist halt ein bisschen sehr flüssig Aber zumindest das Bewegen Ehrlich gesagt Ich werde mal meine Maus-Sensitivität ein bisschen hochstellen Dann muss ich einfach zusehen Dass ich jetzt die Maus ein bisschen ruhiger bewege wieder Und die Haben keine Energie verloren Heißt also, die kriegen keinen Schaden dadurch Cool, cool, cool So Ähm Was wollte ich denn jetzt? Achso Erstmal wollte ich die Mew-Milk jetzt verbrauchen Endlich mal Eins, zwei, drei Oh, ich hab Hunger Ja, kannst du ja auch ein bisschen Käse rausnehmen Sonst oder Ja, wir haben die Wir haben die Space Fries Wir haben Pies haben wir da Wir haben alles mögliche So Hier beim Überlebenskonstruktor Wollte ich Nee, nicht bei dem Sondern bei dem da Krass Ich stelle hier immer noch Eisen her Von vorhin Ernsthaft? Also ich glaube, während wir oben waren Hat er nicht mehr weiter hergestellt Das kann ich mir sonst nicht vorstellen Wie meinst du das? Die Überlebenskonstruktoren Die stellen immer noch Eisen her Aus Eisenohr Kann doch sein Wohl der hier hat Konkretblöcke Die Da wacht gar nichts mehr Ja, da will ich gerade was reinschmeißen Und Für 52 Stück Was? Wo? Das war Mein Jetzt war ich aber eben Irritierter So Das So Also ich habe 2000 Eiseningots dabei Achso Warum stellst du so viele große Eisenböcke her? Habe ich doch gerade mit mir Dir mich unterhalten Ich bereite mich darauf vor Das Capital Wessel herzustellen Achso Ach Jetzt haben wir gar kein Eisen mehr Und ich wollte jetzt noch was bauen Ach Wenn du mich ranlässt Schmeiß ich mal eben 1000 Ironingots rein Wie ich eben gerade gesagt habe Ich höre dir nicht zu Ja Das sage ich ja Falls du noch 1000 Knapp 1000 Kupferingots haben willst Musst du Bescheid sagen Okay Die habe ich auch noch dabei 3 3 13 3 3 Der sagt mir auch noch Dass er mir nicht zuhört 43 Watt Das hat die X-A-Zone Nicht X-A-Zone Wow Wir haben jetzt mittlerweile Über 40 Can't Meet Immer gut Ach ich lasse sie dran Die Wünsche ist nicht geil Das hast du schon Ja und ich meine Wegen Energie müssen wir uns Jetzt nicht wirklich Einen Kopf machen Im Moment Also Ich kann Ich kann Warp Drive bauen Echt Ja Also Wie viele Wie viele Blöcke sind denn jetzt Hergestellt bisher 178 Damit sind die ganzen Platten Verbraucht Sehr gut Ich bin gerade Eben hier gewesen Und habe Geerntet Und jetzt sind schon Wieder die Durians Fertig Okay Wir bauen Erstmal Metallblöcke Okay Ist recht Wir machen erstmal Die Grundsubstanz Fertig In den Dingen Genau Also Was heißt hier Eigentlich wäre es auch Sinnvoll wenn wir Auch die anderen Sachen Schon mal bauen Damit wir wissen Wie sie groß Sie sind Und wo sie Hinkommen Also Das wäre Vielleicht Nicht ganz schlecht Ja Lassen wir Ich denke Auch schon Dass erstmal Ich würde erstmal Die ganzen Blöcke Herstellen Dass wir generell Irgendwie Die Grundform Erste bauen Können Wenn wir brauchen So viele Blöcke Das wird ewig Händler Müsst du die fertig Haben Ja Gucken wir mal Nicht einfach mal Also Wie viel macht der Naja egal Ich werde mal so 800 rein Platschen Ja Also Unser Long Run Wird das sowieso So aussehen Denke ich mal Dass wir Jetzt halt Ein Kleineres Capital Wessel Herstellen Was halt Also ich weiß nicht Vielleicht Wollen wir Ja ich hätte schon Gern dass er den Hover mit aufnehmen Kann Es ist jetzt nicht Unbedingt Mega notwendig Aber doch Das wäre schon schön Ja klar Hover Unsere Jäger Das ist Ich weiß nicht Ich würde Da würde ich dann Lieber nochmal Ein zweites Capital Wessel Vielleicht bauen Was dann Die Jäger Und das kleine Capital Wessel Aufnehmen Kann Das wäre geil Weil das wäre halt Richtig groß Das wäre so Richtig Groß Haben wir Haben wir Noch weitere Hydrogen Bottles Eigentlich Hydrogen Bottles Keine Ahnung Hast du Welche herstellen Lassen Wenn draußen Welche sind Nein Dann nicht Ich nehme mal Energie mit Und gehe mal raus Okay Guck mal nach Gut Wo sind denn eigentlich Die ganzen Holzblöcke Die waren In Einen Überlebenskonzeptor Darin glaube ich Okay Ich guck mal Oder Ziemann Hydrogen Ja Der ist Vollgelaufen Hier Das Ding Also Hydrogen hat er Eventuell noch Hergestellt Mal gucken Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Ja Hydrogen hat er Noch hergestellt Aber O2 hat er Schon nicht mehr Hergestellt Weil er Zu voll war Okay Aber O2 Ist uns ja Nicht so wichtig Ja Dann Können wir noch mal ein paar Sachen bauen Auf jeden Fall Ja Sind doch so viele Prometrium Pellets da Äh Woche Wird jetzt knapp Sind noch 450 da Gerade mal noch für neun Stück Ja für neun Stück Na ja dann Machen wir mal ein 10er fertig Und Pumper weiter Stahlblöcke Lodge Äh Einmal eigentlich Eisen Wie gesagt Also Ich hab gerade bei beiden von uns Äh Etwa 1000 Ingils Reingeschmissen den starter 800 stilblocks ja deshalb fertig ist also dann verbraucht aber auch echt alles iron was da ist auf jeden fall also können wir wirklich groß angelegt bauen so ich hätte schon mal dann in deinem zumindest den cockpit reinbauen naja kannst du das große cockpit bauen ja ich kann machen wir zwei große cockpits ich glaube man kann zwei reinbauen und der der sich zuerst hinsetzt ist dann derjenige der steuert cockpits ja medic station und clonechamber haben wir da ein fridge haben wir auch schon da die sind nämlich noch unten ok er hat sie erst zwei modul herstellen ich weiß gar nicht ob die großen schiffe so viel brauchen ich auch nicht sagen also die sind halt das muss ja nicht wendig sein weißt du das ist das hat ja auch keine keine richtungsbezogenen waffen oder so was das ist einfach nur also die da ist ja keine richtungsbezogenen waffen hat sondern dann einfach nur deshalb ist es kann schulds haben genau diese wo nicht richtungsbezogen also ja da ist halt die richtung in die das schiff ausgerichtet ist relativ egal das heißt wir werden einfach wir müssen einfach gucken dass wir halt die turrets so bauen dass in alle richtungen halt ausreichend turrets sind so zement ach ich bin doof vielleicht hätte ich lieber gleich blöcke aus zement herstellen sollen dann hätten wir uns hier jetzt das aufwerten sparen können ja viel zement haben wir müssen ja auch unmengen an zement noch da haben eigentlich beziehungsweise ich nehme mir mal 100 raus also die hälfte von dem was da ist wie spät haben wir sind wir haben schon wieder überzogen war dann aber ich habe mir auch habe ich mir habe ich mir und hier von die angefangen haben das war bei einer stelle 15 zucker angefangen ok 1 stunde 17 steht hier bei mir das dürfte es dann sein ok bis 142 eine sonnige verabschiedung von mir wir sehen uns zur nächsten folge natürlich mit mir und natürlich auch mit dem heretic bis dahin alles gute und schon